Am Samstag um ca. 16 Uhr stand es dann fest, der FC Ingolstadt musste in die Relegation. Kurz vor Schluss erzielten die Würzburger Kickers den Ausgleich und damit Ingolstadt eben nur auf dem Relegationsrang. Das bedeutete das Duell gegen den 1. FC Nürnberg, das stand ja schon eine knappe Woche länger fest. Der 1. FCN in den weißen Trikots startete hier gut rein, Flanke von Enrico Valentini. Und in der Mitte ist Michael Frey einköpfbereit, setzt sich da durch und kann Marco Knaller überwinden. Ein sehr guter Kopfball platziert, gesetzt der optimale Auftakt für den Zweitligisten. Beide Mannschaften haben schon Erfahrungen gemacht mit der Relegation, schlechte wie gute. Knappe Viertelstunde gespielt, nun auch der erste richtig gute Versuch, Krause hier. Doch Christian Martegna hält das 1-0 fest. Doch der 1. FC Nürnberg erwirkte natürlicherweise frischer. Sie hatten eben diese 8 Tage nochmal Zeit und Ingolstadt kommt aus etlichen englischen Wochen. Nun wieder der Klub, Valentini, Dovedan. Da ist Hanno Behrens. Visiert etwas zu genau an. Von der 16er Kante trifft er dann nur das Aluminium. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal eine Kontersituation. Huck legt raus für Handwerker. Der hat viel Platz, bringt die Flanke. Da ist dann Schröck. Was für ein Eigentor. 45. Minute. Schröck musste da ran. Aber nicht so. Huck wäre herangeflogen gekommen. Wie er den getroffen hätte. Seinmal dahingestellt. Aber das ist richtig bitter. Und so in die Pause zu gehen, tut natürlich weh. Aber es ist das Hinspiel. Ingolstadt brauchte zumindest ein Auswärtstor, um eine vernünftige Ausgangslage zu haben. Wolfram holt sich hier den Ball ab. Die Flanke ist gut. Flach reingebracht. Aber in der Mitte ist es dann Eckart Allensa, der den Ball nicht trifft. Das hätte richtig gefährlich werden können. So verpasst er die Chance zum 2 zu 1. Der 1. FC Nürnberg zog sich mehr zurück. Wollte jetzt erstmal auf die Null bedacht sein hinten. Nach vorne kamen dann kleinere Akzente. Bieren zu Geiß. Hier in der Szene mal die Möglichkeit, um das 3 zu 0 sogar erzielen. Das wäre dann eine extrem aussichtslose Lage gewesen für die Schanzer im Rückspiel. Hier werden sie noch verschont. Schlussphase in diesem Spiel. Ingolstadt wollte eben unbedingt diesen Anschlusstreffer. Würde für Thomas Oral und seine Mannschaft. Eine deutlich bessere Sichtweise auf das Rückspiel bedeuten. Aber es sollte nicht mehr fallen, dass hier die letzte gefährliche Aktion, die von Dovidan zum Eckball geklärt wird. Aus dem resultierte dann nichts. Nürnberg gewinnt das Hinspiel gegen den FC Ingolstadt nicht unverdient mit 2 zu 0. Wobei der Anschlusstreffer durchaus möglich gewesen wäre. So wird es extrem schwer im Rückspiel dann für den Drittligisten.